Ja, einen wunderschönen guten Tag, hier ist Mario Wollosch. Ich grüße Sie aus dem herrlichen Sofia in Bulgarien, wo wir jetzt unser zweites Büro aufgemacht haben gerade. Und das hier ist mein erstes Video für Sie von unserem neuen Büro hier in Sofia. Und in diesem Video möchte ich Ihnen gerne unser Multi-Device-Tracking vorstellen, das wir schon im Jahr 2014 in unserem Partnerprogramm implementiert haben. Und ich habe es einfach nur noch nicht geschafft, seitdem mal ein Video darüber zu drehen. Aber ich denke, das ist jetzt wirklich höchste Zeit dafür, weil das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Feature für Sie als Affiliate von Clicktip. Denn mit dieser Funktion stellen wir sicher, dass Sie nie wieder eine Affiliate-Provision durch Cookies verlieren. Ja, wie verlieren Sie als Affiliate Geld, wenn Sie Werbung für ein Partnerprogramm betreiben? Alle uns bekannten Partnerprogramme benutzen Cookies erstmal zur Besuchererkennung. Das bedeutet, wenn Sie sich irgendwo anmelden zu einem Partnerprogramm, dann bekommen Sie dort in der Regel Werbemittel. Und hinter diesen Werbemitteln ist immer dann ein Affiliate-Link oder ein Partner-Link. Und wenn Sie dann diese Werbemittel im Internet verbreiten, zum Beispiel auf Ihrer Webseite einen Banner hinterlegen oder eine E-Mail versenden, und dann einer Ihrer Besucher eben auf diesen Affiliate-Link klickt, auf Ihren persönlichen, individuellen Affiliate-Link, dann speichert eben dieses Skript, was dann aufgerufen wird durch den Klick auf den Link, eben ein Cookie. Und ein Cookie ist eben eine kleine Textdatei, die ein Webbrowser beim Surfen im Internet eben in diesem einen Browser speichert. Und die Information, die dann dort abgelegt wird, ist eben Ihre persönliche Affiliate-ID. Und das Problem bei Cookies ist, dass diese Cookie-Informationen eben nur in diesem einen Browser verfügbar sind und nicht in einem anderen Browser und natürlich auch nicht in einem anderen Endgerät dann mehr verfügbar sind. Das bedeutet, Sie bekommen nur dann Ihre Affiliate-Provision, wenn Ihr Besucher wirklich in dem Browser das Produkt kauft, wo er auch auf den Affiliate-Link geklickt hat. Und wenn er das eben nicht tut, dann verlieren Sie eben als Affiliate Ihre Affiliate-Provision. Und das sind eben genau die Schwachstellen des Cookie-Trackings. Stellen Sie sich vor, der Besucher klickt auf Ihren Affiliate-Link, löscht danach die Cookies und bestellt dann das Produkt, was Sie bewerben, dann haben Sie Ihre gesamte Provision verloren. Oder der Besucher klickt in Safari auf Ihren Affiliate-Link und kauft danach in Firefox das Produkt, was Sie bewerben, auch dann haben Sie Ihre Affiliate-Provision verloren. Oder Ihr Besucher liest Ihre E-Mail zum Beispiel auf der Arbeit, will aber dort nicht kaufen, weil er dort natürlich nicht gesehen werden kann, wie gerade irgendein Produkt kauft während der Arbeitszeit, geht also dann nach Hause, ruft die Webseite noch einmal auf, also in dem Beispiel, dann hat er eben auf Ihren Affiliate-Link geklickt während der Arbeit und kauft dann das Produkt zu Hause auf seinem privaten PC oder auf dem Mobile-Phone. Und auch dann hatten Sie eben als Affiliate Ihre Provision verloren. Und weil das eben nicht cool ist und weil wir eben auch dafür sorgen wollen, dass Sie als Affiliate ganz sicher Ihre Provision bekommen, deshalb haben wir im Jahr 2014 schon, das ist also schon wirklich eine Weile her, unser Multi-Device-Tracking eingebaut in unser Partnerprogramm. Und das funktioniert eben so, einer Ihrer Besucher klickt eben auf Ihren persönlichen Affiliate-Link und gelangt dann dort eben darüber zu unserer Online-Schulung. Und an dieser Stelle haben wir noch eine weitere sehr, sehr coole Funktion eingebaut, nämlich die, dass wir diese Affiliate-ID, über die Sie sozusagen erkannt werden bei uns, sofort in einen Hash umwandeln, damit Ihr Besucher eben nicht sehen kann, dass Sie jetzt da einen Affiliate-Link verwenden, weil das führt eben auch teilweise dazu, dass die Besucher sich denken, okay, ich will aber jetzt nicht, dass der Affiliate hier von mir Geld bekommt, dass irgendwie man jetzt hier an mir Geld verdient. Und damit jetzt das eben nicht passiert, wandeln wir die Affiliate-ID direkt um in einen Hash-Key. Und damit Sie auch kurz sehen, wie das funktioniert bei uns in unserem Partnerprogramm, dann mal ganz kurz die Demo unserem Browser. Ich gehe jetzt hier einfach mal in den Browser rein und rufe mal auf klicktipp.com slash webinar slash 1202. Das wäre also jetzt dann mal der Affiliate-Link für unsere Online-Schulung. Und dann sehen Sie eben, ich hatte jetzt hier gerade eingegeben, klicktipp.com slash webinar slash 1202. Und das wird eben sofort umgewandelt in eben diesen Hash-Key, sodass ich als Besucher mir an diesem Hash-Key erst mal nicht irgendwie da vorstellen kann, dass da irgendein Affiliate da gerade an mir Geld verdient. Und wenn jetzt jemand, wenn jetzt dieser Besucher sich hier einträgt, seine E-Mail-Interesse hinterlegt und sich hier eben zu unserem Webinar anmeldet, dann speichern wir Ihre Affiliate-ID fest in unserer Datenbank. Und das ist eben genau der nächste Schritt, der da passiert. Also zum einen ist Ihre Affiliate-ID bei uns in unserem Partnerprogramm auf unseren Landingpages für Ihre Besucher erst mal nicht erkennbar. Und zum Zweiten speichern wir Ihre persönliche Affiliate-ID bei uns fest in der Datenbank. Und wenn dann die Schulung zu Ende ist und wir dann unser Produkt vorstellen und wir dann in unserer Schulung eben auch ein Sonderangebot unterbreiten, dann gucken wir in der Klick-Tipp-Datenbank nach und fragen eben Ihre persönliche Affiliate-ID in der Klick-Tipp-Datenbank ab und erzeugen über die Digistore-Schnittstelle einen geschützten neuen Affiliate-Link mit Ihrer Affiliate-ID und leiten sozusagen Ihre Besucher über noch mal einen direkten, geschützten Link in den Digistore-Card rein. Das heißt, Ihre Besucher haben ausschließlich und exklusiv nur die Möglichkeit, das Sonderangebot über Ihren persönlichen Affiliate-Link wahrzunehmen. Das geht gar nicht anders. Und dann ist es eben völlig egal, in welchem Browser er sich das Webinar ansieht oder auch auf welchem Endgerät er sich die Schulung ansieht oder eben Klick-Tipp auch bestellt. Sie als Affiliate bekommen garantiert Ihre Provision. Das bedeutet, Sie verlieren eben auch nie wieder einen einzigen Cent durch Cookie-Tracking. Und das, was wir eben damit erreichen wollten, ist natürlich, dass Sie als Affiliate für Ihre Bemühungen das bekommen, was Sie sich verdient haben, nämlich Ihre Affiliate-Provision und dass Sie die eben auch vollständig bekommen und dass Sie natürlich dadurch auch viel Geld verdienen bei uns und dadurch hochmotiviert sind und dann eben das Klick-Tipp-Partner-Programm weiterbewerben und damit natürlich noch viel mehr Geld verdienen und noch viel mehr motiviert sind und sozusagen sich das Ganze dann in einem sehr, sehr positiven Kreis, in einer sehr, sehr großen, positiven Aufwärtsspirale weiterentwickelt. Und das war die erste Motivation. Und die zweite Motivation ist eben einfach, dass Sie als Affiliate nie wieder auch nur einen Cent da irgendwie verlieren. Und als wir umgestellt haben im Sommer 2014 auf dieses Multi-Device-Tracking, sind die Affiliate-Provisionen bei uns sprunghaft angestiegen, nämlich um satte 46 Prozent. Und das ist jetzt schon mehrere Jahre her. Und genau aus diesem Grund sind wir eben auch im Digistore-Marktplatz mittlerweile das Partnerprogramm Nummer eins. Wenn Sie also hier auf die Digistore-Webseite gehen und dann hier einfach auf den Marktplatz gehen, dann ist unser Partnerprogramm unter allen Partnerprogrammen im Digistore-Marktplatz, im Moment sind das eben 2.900 Partnerprogramme, die dort registriert sind, da sind wir eben an allererster Stelle. Und das liegt eben unter anderem daran, dass wir eben dieses Multi-Device-Tracking haben, dass Ihnen also nie wieder eine Affiliate-Provision verloren geht. Und zum Zweiten natürlich auch, dass Sie in unserem Partnerprogramm eben regelmäßige, wiederkehrende Einnahmen erzielen. Und es liegt auch ganz sicher mit daran, dass eben unsere Online-Schulung sehr, sehr hohe Mehrwerte liefert für Ihre Besucher und wir eben dadurch, dass wir sehr, sehr viel testen, sehr, sehr viele Split-Teste ausprobiert haben, sehr, sehr unterschiedliche Werbemittel eben anführen, Ihnen anbieten als Affiliate, dass wir natürlich, dass es Ihnen als Affiliate auch sehr, sehr leicht fällt letztendlich mit unserem Partnerprogramm Geld zu verdienen. Und das sehen Sie eben auch hier an dieser Stelle im Digistore-Marker. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf und sehr, sehr froh, dass wir das eben erreicht haben. War natürlich eine Menge Arbeit, aber ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da gemeinsam eben als Partnerschaft uns da auch sehr viel Mühe geben. Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz ein paar Worte erzählen zu unserer Online-Schulung. Wenn Sie eben das Klick-Tipp-Partnerprogramm bewerben, eben Klick-Tipp als Produkt verstellen, dann haben Sie erstmal ein wirklich einmaliges Produkt, was Sie Ihren Kunden dort anbieten. Aber zum Zweiten unterscheidet sich auch eben unser Verkaufsprozess grundlegend von sehr, sehr vielen anderen Anbietern. Nämlich Sie bewerben bei uns nicht einfach irgendeine plumpe Verkaufsseite, sondern eine einzigartige Schulung mit einem sehr, sehr hohen Nutzwert für Ihre User. Wir liefern Ihren Besuchern eben dort wirklich zwei Stunden lang Top-Inhalte über E-Mail-Marketing und stellen eben erst danach kurz die Vorteile von Klick-Tipp vor. Das funktioniert wunderbar, indem wir einfach zunächst erstmal den Leuten erstmal überhaupt erklären, warum sie E-Mail-Marketing brauchen und wie sie davon profitieren anhand von sehr, sehr vielen Case-Studies, unter anderem eben auch, wie Barack Obama zweimal seine Wahlkämpfe gewonnen hat über E-Mail-Marketing. Und erst danach, also wir erklären sozusagen das, warum E-Mail-Marketing werden, wir erklären auch, was genau gemacht werden muss, aber das, wie es gemacht wird, das erklären wir natürlich erst dann, wenn gekauft wird. Und genau das sind eben die psychologischen Knöpfe, die wir da eben drücken im Webinar. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir zeigen dort eben auch, was wir in den letzten acht Jahren über Online-Marketing gelernt haben. Viele, viele sehr, sehr interessante Split-Tests stellen wir dort vor. Sehr, sehr viele Punkte, die wir falsch gemacht haben. Also Ihre Besucher werden davon enorm profitieren und werden eben dadurch auch letztendlich zu erfolgreichen Internetunternehmern, was letztendlich für uns alle gut ist. Und Chat, Umfragen und auch die Kaufraten, also das gesamte Webinar-Feedback, was wir bekommen von unseren Teilnehmern, zeigt immer wieder, die Teilnehmer sind absolut begeisterte Fans danach. Und dementsprechend hoch ist auch die Kaufrate. Wir erreichen mit unserem Webinar zwischen 17 und 38 Prozent Kaufrate. Und wenn Sie das vergleichen mit 1 Prozent Kaufrate auf einer normalen Verkaufsseite, dann sind Sie eben bei uns eben sehr, sehr viel besser dran als Affiliate. Gut, auf diese Seite auch nochmal ganz kurz dargestellt, wir bieten Ihnen eben auch als Affiliate sehr, sehr viele unterschiedliche Werbemittel an. Angefangen von über 500 Bannern in den unterschiedlichsten Formaten, die wir auch selber testen in unseren Google AdWords und Facebook-Kampagnen. Also Sie bekommen ja wirklich die, sozusagen die beste Auswahl von unseren Werbemitteln, die wir alle sehr, sehr professionell gestalten lassen. Sehen Sie mal so eine kleine Auswahl. Sie bekommen von uns E-Mail-Vorlagen, Sie bekommen von uns PDF-Dokumente, die mit Ihrer persönlichen Affiliate-ID gebrandet sind, die Sie weiterleiten können einfach. Sie bekommen von uns Blog-Beiträge, Video-Beiträge und, und, und. Schauen Sie es sich gerne mal an. Also ich kann Ihnen sagen, dass Sie nicht viele Partnerprogramme finden werden mit so einer großen Auswahl an Werbemitteln wie bei uns. Und ja, das soll Ihnen eben als Affiliate auch ermöglichen, dass Sie dann anhand dieser vielen Werbemittel auch möglichst schnell und einfach natürlich mit Klick-Tab-Geld verdienen können. Ja, bei unserem Partnerprogramm verdienen Sie 25 Prozent, und zwar Lifetime. Und ohne Cookie-Verluste. Ja, aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Vorteil. Und wenn Sie jetzt noch kein Affiliate sind, dann schauen Sie vorbei auf unsere Webseite www.klicktipp.com slash Partnerprogramm, beziehungsweise wenn Sie auf klicktipp.com sind, dann klicken Sie einfach oben auf den Link Partnerprogramm. Wenn Sie jetzt dieses Video in YouTube sehen, dann finden Sie direkt unter diesem Video in der Beschreibung auch einen Link dazu. Dort können Sie einfach draufklicken, gelangen dann zu unserer Webseite. Und wenn Sie bereits Affiliate sind und dieses Video jetzt auf unserer Webseite sehen, dann finden Sie direkt unter diesem Video einen Link oder einen Button, der Sie direkt zu den Werbemitteln führt. Und ja, starten Sie durch. Nutzen Sie diese Chance, dass Sie bei uns ohne Verluste eben sehr viel Geld verdienen können, mit Top-Werbemitteln, mit einem Produkt, was einen sehr hohen Nutzwert bietet, und vor allem auch mit einer Online-Schulung, die mittlerweile von, ich glaube, über 20.000 Teilnehmern besucht worden ist. Und auch dort haben wir sehr viele Tests gemacht. Wir haben ein ganz, ganz tolles Feedback bekommen von unseren Teilnehmern. Also eigentlich können Sie da wirklich nichts falsch machen. Und es wird sich natürlich auch bei Ihnen, wird sich natürlich auch finanziell für Sie lohnen. In diesem Sinne grüße ich Sie ganz lieb aus Sofia und freue mich dann auf die weitere Zusammenarbeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.